Ja, ich habe Halluzinationen. Ähm, ich möchte dieses Spiel bitte fortsetzen. Und zwar... Einmal ins CIC, bitte. Ach ja, Moment! Was können wir denn gerade bei der Gelegenheit noch machen? Ich habe ja gerade... Warte, das ist das falsche Deck. Ich habe ja gerade noch angedeutet, dass, äh, Legion... noch ein paar Dinge zu sagen hat, wenn man die Selbstmordmission abgeschlossen hat. Eine interessante Wahl, Shepard, Commander. Deine Spezies wurde alles, was Geth erinnert. Verzweiflung, Verständnis, Transzendenz. Sie verabschiedet es. Sie verabschiedet sogar die Möglichkeit, zu nutzen den alten Maschinen's GIFs um es zu erreichen, auf Ihren Spezies eigenen Terme zu erreichen. Sie sind mehr wie uns, als wir glaubten. Ich habe Fragen über den Geffen. Spezifiziere. Ich möchte mich über etwas anderes. Ready? Ich möchte mich mehr über Sie. Spezifiziere. Ich habe niemals ein Geffen mit einem Geffen, der hat mehr als Animal Intelligenz. Wir sind ein unikt Kartewerk-plattform. Die meisten mobile-Platformen können über 100 Programme runen. Diese Plattform kann über 1000 anwesend. Sind sie ein Geffen oder viele? Also ich spreche über 1000 Programme, aber nicht 1000 Personalitäten? Each individual is equivalent to one of your virtual intelligence programs. Together, we form a single gestalt intellect, what you refer to as Legion. As individual programs, we are no more than your software. Only when we share data, do we become more. You're more sophisticated than the average GIF. Yes, we are a network within our own hardware, capable of operating alone. We are still connected to the greater network for data sharing. Gibt es mehr wie Sie? How many other GIF are like you? None. This platform was built to operate with an organic space. This task was not suited for a network. GIF installed in mobile platforms, always operate in networks. However, most GIF remain within server hubs. So you're in contact with the rest of the GIF right now? Only when we require access to data not stored within this platform. If you want to convey a message to the GIF, we serve as a terminal. What kind of data do you share? Program updates, logs of thought process, sensor recordings. Legion is attempting to access the ship's FTL comm system. Shall I allow it through my firewalls? Go ahead, Edie. Our oldest log is timestamped from creator year 2463, third day of fall task, waxing moon, roughly 327 years ago. The oldest audiovisual record dates from 15 years after that. Our network's secure, Edie. Legion had to go through you. I have never interfaced with another machine intelligence. Legion is a thousand voices talking at once. What it contacted was beyond my comprehension. A mind the size of a galactic arm. How do you maintain stability without other minds to interact with? I manage. Some minutes are more difficult than others. That's interesting, but I must get back to my duties. We will remain here. Shepard Commander. I'd like to find out more about you. We are building a consensus. Please try again later. I have to get back to you. Acknowledged. Vielleicht kann ich das nach dem DLC noch machen. Commander, you've received a new message at your private terminal. Ja, okay. Das ist... Das ist hier nicht relevant. Aber wir sollten vielleicht speichern. Massenportal. Ähm. Warte. Habe ich das nicht schon angenommen? Ich hab das doch... Hä? Bin ich jetzt doof? Da. Versteckt sich da in der Ecke. So, das muss ich auch noch alleine machen. Um... Da da. Das funktioniert schon mal dezent nicht, aber hier geht es zum Glück auch lang. Ja, von, was auch mal das ist. Ach, Raman, okay. Ich sehe hier auch leider wieder nichts. Ja, ich sehe hier auch nichts. Hm. Wow. Jetzt bin ich da gerade nicht drunter. Ich höre die Menschen wie eine Vermutung in der Asteroid-Belt. Ist es irgendwo safe von ihnen? Wir sollten eine Mission machen, um sie alle rauszuhren. Nun, was ist das? Ach, hier ist nichts Windvolles. Wir können uns vielleicht einigermaßen geschickt machen. Ich habe mich natürlich nicht gesehen. Ich habe mich natürlich nicht gesehen. So, jetzt einen anderen Weg. Wir machen es einfach so. Hat mir das jetzt was gebracht? Am Ende sind wir wieder hier, aber wir können da lang. Hätte ich hier überhaupt rein gemusst? Ja doch, ich hätte da rein gemusst. Also ich musste da rein. Nein, ich muss da rein. Nein, es wird nicht aufgeregt. Die Schilder werden nicht verletzt, an denen wir nicht verletzten. Die Menschen werden alles tun, was zu verletzen. Ich schreckere mich. Wir müssen diesen einen Beispiel für die anderen. Wir können nicht auf die Terroristen reagieren. Es ist einfach keiner hier, was bemerkt. Und jetzt? Was machen wir von hier aus? Ah, okay, man muss drauf gehen, während das Ding noch nicht ganz unten ist. Was machen wir von hier aus? Ah, okay, da können wir es ausschalten. Ah, okay, da können wir es sein. Ah, okay, da können wir es sein. Können wir sie skillen? Ich kann sie nicht skillen, das nervt. Aber sie hat stolze zwei Fähigkeiten. Ähm, da. Ja. Ähm, ja. Das sieht gut aus. So, niemand kommt hier rein. Okay. 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 Ah, ist ja gut. Diese Tür ist aber ruhig nicht richtig zu, oder? Ja, für das Blutzerstörmergriff natürlich sehr sinnvoll. Aua. Hä, die Tür ist doch zu. Hä, soll ich die Tür halt nicht zumachen? Ich bin verwirrt. Das klingt doch gut. Was? 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 Ich muss mich jetzt auf meine Biotec verlassen. Ich habe nicht viel Munition. Und ich will auch nicht die Waffe wechseln. Was? 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 Das hat es geschafft. Los geht's los. Komm. Oh, eine letzte Sache. Wir haben eine Gäste. Wir müssen sie öffnen. Lass das zu mir. Geh mit der Kaffee! Geh mit der Kaffee! Munition! Nein! We can't get a lock. Geh mit der Kaffee! So, wo ist jetzt... Hä? Ach. Nee. Noch nicht. Ach so. Ach so. Wann war es das einzige? Hier waren es nicht zwei. Aah. Charlotte? Juck. Mann. friends! Mann s mob? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Well, to be fair, that's about half the story. My people and I were here investigating rumors of Reaper technology out in the fringes of this system. I guess you found something. We found proof that the Reapers will be arriving in this system. When they get here, they'll use its mass relay to travel throughout the galaxy. We call it the Alpha Relay. From here, the Reapers can invade anywhere in the galaxy. So you decided to destroy it? Exactly. Doing that would stop the Reapers' invasion. Even at FTL speeds, it'd be months or years before they got to the next relay. We came up with what we just called the Project. A plan to launch a nearby asteroid into the relay and destroy it before the Reapers could arrive. Of course, the resulting explosion would probably wipe out the system. I've always heard that mass relay are indestructible. I've heard that too. But I think it's more that nobody's willing to find out what happens when one is destroyed. And, well, we planned to slam a small planet into the thing at very high speed. By our calculations, that's more than enough. Why do you think destroying the mass relay would destroy the entire system? Mass relay are the most powerful mass effect engines in the known galaxy. The energy released from a relay's destruction would probably resemble a supernova. This is a remote system, but just over 300.000 Batarians live on the colony where they held us. The explosion would undoubtedly kill them all. Und? Ich hab dich befreit. Ich war da nicht, äh, eingesperrt. I still don't see how you learned about this supposed invasion. The evidence came from what we call Object Rho, a Reaper artifact we discovered among the asteroids near the relay itself. When we get back to Arctura's station, I'll explain everything and provide copies of all our notes on the artifact. What is a Reaper artifact doing on an asteroid? We don't know, or even what its purpose is. Some things are just too old or large to comprehend. Even a Reaper, thousands of years dead, contains power. Their artifacts are worthy of study, regardless of their purpose. Was ist mit Indoktrination? If you're working near a Reaper artifact, how have you avoided Indoktrination? We've been very careful. We know what we're dealing with. You're not speaking to a child, Shepard. I saw what Sovereign did at the Citadel. Trust me, I know what's at stake. The stakes are too high. If you were willing to destroy a whole system over this, I want to see your proof. I guess I can't argue with that. Give me a moment. Kenson to Project Base. Good to hear your voice, Doctor. You coming home? Affirmative. And I've got Commander Shepard with me. Shepard? Really? Tidy up the lab. The Commander needs to confirm the artifact. Right. I'll get everything set up for your arrival. The, uh, Project Base app. All set. Just sit back and relax. We'll be there in no time. All set. All set. All set. All set. Through attack. All set. You're going to be there. Das heißt, uns auf die Zeit davon. So, jetzt nehmen wir mit. Was ist hier? Nichts. Was ist hier? Welche Alternativen haben wir? Die Reapers werden diese Systeme erreichen, egal. Aber die Alpha Relay ist ihre Shortcut für die resten der Galaxie. Wenn Sie die Reapers bleiben, diese Relay muss werden. Wir müssen die Projekte weitergehen. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance, die wir haben. Eine Sekunde, lass mich die Tür holen. Kommander Shepard, ich gebe dir Object Row. Du hast die Reapers Artipack einfach hier sitzen? In der Öffentlichkeit? Als wir ihn gefunden haben, hat er mir eine Vision von der Reapers' Reapers gezeigt. Kensen, das ist nicht gut. Gib es einen Moment, Shepard. Es wird dir die Proof, die du brauchst. Ich kann dich nicht beginnen, Shepard. Ich kann dich nicht stoppen, die Reapers' Reapers' Reapers. Na gut. Das war sowas von offensichtlich. Wir wissen, womit wir es zu tun haben. Am Arsch. Wir wissen, womit wir es zu tun haben. Am Arsch. Mit der Dritt Flach. Dirten wir uns nur einen Sinn. Du bist ein Sting. Äh. Unser Sting. Geil. Was hat das Zettgel. Du bist ein Sting. Du bist ein Sting!